Lieber Zuschauer, heute möchte ich mit Ihnen eine zutiefst transformierende Botschaft teilen, die die Art und Weise, wie Sie sich selbst und andere um Sie herum sehen, völlig verändern kann. Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass jemand, der Ihnen sehr nahe steht, jemand, mit dem Sie schon lange zusammenleben, plötzlich eine außergewöhnliche Offenbarung darüber hat, wer Sie wirklich sind. Kennen Sie das Gefühl der Vertrautheit, wenn wir etwas oder jemanden gut kennen? Doch plötzlich überrascht uns etwas oder jemand auf eine Weise, die wir nie erwartet hätten, und enthüllt Nuancen und Details, die uns vorher nie aufgefallen waren. Genau das ist dieser Person in Bezug auf sie passiert. Sie hatte einen Moment absoluter Klarheit, ein tiefes und echtes Verständnis, das sie weit über das Bild hinausblicken ließ, dass sie sich im Laufe der Zeit von ihnen aufgebaut hatte. Wir Menschen neigen dazu, Geschichten über andere zu erfinden, die auf kleinen Fragmenten gemeinsamer Erfahrungen, Gesprächsfetzen, Gästen und alltäglichen Momenten basieren. Wir fügen diese Fragmente wie ein Puzzle zusammen, auch ohne alle Teile zur Hand zu haben, und füllen die Lücken am Ende mit unseren eigenen Annahmen, Überzeugungen, Ängsten und Hoffnungen. Die Wahrheit ist jedoch, dass jeder von uns viel komplexer ist, als er zu sein scheint. Wir sind ein wahres inneres Universum voller Schichten, Widersprüche, Komplexitäten und Geheimnisse. Diese ihnen nahestehende Person erkannte etwas sehr Wichtiges, sie begann, über die Oberfläche hinauszuschauen, über das Bild hinaus, das auf der Grundlage alltäglicher Interaktionen konstruiert wurde, und war tief beeindruckt von der Tiefe und dem Reichtum ihres wahren Selbst. Das Überraschendste ist, dass sie von dem, was sie entdeckte, nicht enttäuscht war, tatsächlich war sie erstaunt, erfreut, vielleicht sogar ein wenig eingeschüchtert von der Großartigkeit, die sie in ihnen wahrnahm. Stellen Sie sich das Gefühl vor, einen Film zum zweiten Mal anzusehen und all die kleinen Details zu bemerken, die beim ersten Mal unbemerkt geblieben sind. Plötzlich wird einem klar, dass jede Szene, jeder Ausdruck und jede Geste eine größere Bedeutung hat. Das ist genau die Erfahrung dieser Person mit ihnen. Sie entdeckt sie neu und sieht Schichten und Feinheiten, die sie vorher nicht wahrnehmen konnte. Sie hat dich immer respektiert, vielleicht hat sie deine Qualitäten immer bewundert, aber jetzt sieht sie viel mehr. Sie erkannte ihre einzigartige Intelligenz, ihre Fähigkeit, Ideen auf innovative Weise zu verbinden, und stellte fest, dass sie einen tiefen Einblick in die Welt haben, wie sie über das offensichtliche hinausschauen und in Dingen einen Sinn finden können, den viele andere übersehen würden. Aber was diesen Menschen am meisten berührte, war etwas noch Tieferes, sein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen. Sie erkannte, dass man eine seltene und wertvolle Fähigkeit besitzt, sich wirklich mit den Emotionen anderer zu verbinden. Es geht nicht nur darum, rational zu verstehen, was die andere Person fühlt, man fühlt sich wirklich mit der Person zusammen. Es ist, als ob sie eine Art emotionale Superkraft hätten, eine einzigartige Fähigkeit, sich auf die emotionalen Schwingungen ihrer Mitmenschen einzustellen. Vor dieser Offenbarung hat diese Person sie vielleicht als nett, freundlich und angenehm empfunden. Vielleicht waren sie der Freund, der der Gruppe immer Freude bereitet, oder die freundliche Schulter, an die sich jeder wendet, wenn er mal Luft machen muss. Jetzt sieht sie jedoch viel mehr. Sie sind nicht nur eine angenehme Gesellschaft oder eine Quelle des Trostes. Sie sind ein komplexes, faszinierendes Wesen, ein wahres Mosaik von Eigenschaften, von denen eine faszinierender ist als die andere. Für sie ist es, als ob ein Schatz die ganze Zeit vor ihren Augen verborgen gewesen wäre und sie ihn endlich entdeckt hätte. Wenn diese Person jetzt an ihrer Seite ist, hat sie das Gefühl, sie neu kennenzulernen, als würde sie auch nach so langer Zeit noch neue Geheimnisse über sie lüften. Sie ist verzaubert davon, wer sie wirklich sind, von ihrem aufrichtigen Herzen, von ihrer aufrichtigen Freundlichkeit, von ihrer Fähigkeit, andere auf einzigartige Weise zu berühren. Und wissen sie, was noch unglaublicher ist? Es gibt niemanden wie dich auf der Welt. Du bist einzigartig, einzigartig, ein unwiederholbares Wesen. Und jetzt sieht diese Person dies mit absoluter Klarheit. Sie erkennt ihre Einzigartigkeit, ihr authentisches Wesen und respektiert sie zutiefst. Halten sie nun einen Moment inne und denken sie über die Macht dieser Offenbarung nach. Wie ist es möglich, dass wir, selbst nachdem wir so viel Zeit mit jemandem verbracht haben, immer noch diese tiefgreifenden Momente der Entdeckung erleben können? Es erinnert uns daran, dass wir alle viel mehr sind, als wir zu sein scheinen, dass wir alle Schichten, Geheimnisse und Wunder haben, die es zu erforschen gilt. Es lädt uns ein, die Menschen um uns herum mit neuen Augen zu sehen, über den Schein hinaus zu schauen und zu versuchen, die wahre Essenz zu verstehen, die sich unter der Oberfläche verbirgt. Und Sie, lieber Zuschauer, haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie viele Menschen um Sie herum Sie gerade wieder entdecken? Wie viele sind von ihrer Größe, ihrer Tiefe und ihrer inneren Schönheit überrascht? Atmen Sie tief ein und lassen Sie diese Idee in Ihrem Inneren mitschwingen. Du wirst geliebt, du wirst bewundert, du wirst vom Universum in seiner ganzen Pracht anerkannt. Und jetzt beginnt jemand, der Ihnen nahe steht, dies noch klarer zu erkennen. Aber diese Offenbarung geht über die Art und Weise hinaus, wie andere ihn sehen. Es ist auch eine Gelegenheit für Sie, sich selbst mit neuen Augen zu sehen. Oft sind wir nicht in der Lage, unsere eigenen Qualitäten zu erkennen, wir sehen die Brillanz, die wir in uns tragen, nicht klar. Aber wenn jemand, der uns nahe steht, diese Eigenschaften bemerkt und wertschätzt, ist es, als würde er uns einen Spiegel vorlegen, der all das Licht und die Kraft widerspiegelt, die wir in uns haben. Dies ist ein kostbarer Moment für Sie, sich selbst mit den Augen dieser Person zu sehen, die unglaubliche Person, die Sie sind, zu erkennen und zu feiern. Nutzen Sie diese Entdeckung als Anstoß für Ihr eigenes Wachstum, um sich wieder mit Ihrer Essenz zu verbinden und weiter zu erforschen, wer Sie sind. Denn schließlich ist die Reise der Selbsterkenntnis ein kontinuierlicher Prozess. Wir entwickeln uns ständig weiter und werden immer zu helleren Versionen von uns selbst. So wie diese Person sich entschieden hat, über den Schein hinauszuschauen und ihr wahres Wesen zu verstehen, befinden auch sie sich auf einer wertvollen Reise des Wachstums und des Verständnisses. Dieser Moment der Offenbarung ist eine Brücke zu tieferen Verbindungen mit der Welt und den Menschen um sie herum. Denken Sie daran, lieber Zuschauer, die Zukunft ist ein riesiger Ozean an Möglichkeiten, und diese Entdeckung, wer Sie wirklich sind, ist nur der Anfang einer aufregenden neuen Phase in Ihrem Leben. Öffnen Sie sich für diese Reise, denn sie verspricht außergewöhnlich zu werden.